Chris Bangle polarisiert. Er wühlt auf. Und bringt eine ganze Branche in Aufruhr. Die Pinakothek der Moderne in München. Ein Ort, an dem Kunst und Design zu Hause sind. 2002 eröffnet die Ausstellung The Art of Car Design. Da darf Chris Bangle nicht fehlen. Car Design insbesondere ist ein sehr kunstvoller Bereich von Design. Ich bin überzeugt, Car Design ist Sculpture. 1992 unterschreibt der aus Ohio stammende Chris Bangle bei BMW. Eine gestalterische und strategische Entscheidung. Die Bayern wollen mit der BMW-Fabrik in Spartanburg die USA erobern. Und auch mit ihrem Design die Amerikaner überzeugen. Aber vom Entwurf bis zur Serienfertigung braucht es Jahre. Design works kriegt die Aufgabe. Die Studio in der Fitz hier kriegt die Aufgaben. Die machen einen Wettbewerb. Und wenn da ist ein klarer Sieger, und das läuft in einem Siegerprozess, von 7 Modell zum 3 Modell, zum 2 Modell, dann bringen wir die Designers hier in der Fitz das final Gefühl von den Modellern hier, von den Engineers hier und so weiter. Das hat wirklich das BMW München Sprache am Ende. Chris Bangle's Bangleisch bringt es auf den Punkt. Bei BMW ist jedes neue Modell ein großer Wettbewerb. Drei BMW-Design-Studios weltweit stellen sich dieser Herausforderung. Zwei Sieger-Teams dürfen dann zusammen in München das neue Auto entwickeln. Sechs Jahre im Voraus zeichnen und basteln 70 Designer an der nächsten 3er-, 5er- oder 6er-Generation. Bis das dreidimensionale Tonmodell in Originalgröße entsteht, ist es ein weiter und viel diskutierter Weg. Mit Lackfolie eingekleidet lädt das Modell eigentlich schon zu einer Spritztour ein. Doch so weit ist es noch lange nicht. Erst müssen die Designer, dann der Vorstand seinen Sägen geben. Das Auto wird nicht nur gestylt, es wird tatsächlich von Anfang an geboren mit einem gewissen Look, einem gewissen Personality. Aber auch die Ergonomie muss stimmen. Die Position von Hebeln und Schaltern ist ganz entscheidend für das Wohlbefinden und die Sicherheit. Hier muss das Design der Funktion folgen. Ein gutes Verständnis von der Engineering-Site, der Construction-Site von einem Automobil ist absolut notwendig. Steht das Design, wird das Fahrzeug innerhalb von 3 Jahren im Simulator konstruiert. Jedes der knapp 5000 Teile wird in 3D berechnet, letzte Feinheiten am Modell korrigiert. Virtuell ist das Auto jetzt komplett fertig. Konstruktionsfehler in dieser Entwicklungsphase kosten nicht nur richtig Geld, sie beeinflussen das ganze Autoleben. Im nächsten Schritt werden die Teile in Handarbeit gefertigt und zusammengesetzt. Allein der Bau des Prototypen verschlingt ein Budget von mehreren Millionen Euro. Weltweit arbeiten bei BMW etwa 9300 Mitarbeiter an Forschung und Entwicklung. Ich bin hier auf der Straße zu fahren. Die erste Ausfahrt ist schließlich der Höhepunkt. Design in Bewegung ist am schönsten, wenn auch noch getarnt. Emotionen, das ist ein Teil unserer Business. 2001 kochen die Emotionen hoch. Die vierte BMW 7er-Generation kommt auf den Markt und stürzt die BMW-Fangemeinde in eine tiefe Sinnkrise. Der Rucksack am Kofferraum spaltet die Autonation. In Internetforen wird der Rauswurf des BMW-Chef-Designers gefordert. Auch die Konkurrenz ist sprachlos. Viele sehen für diesen 7er nur eine Lösung. Hat mich vorher gefallen und gefällt mir heute auch. Das Auto ist für mich ein extrem rundes Statement der Präsenz auf der Straße. Und die Verkaufszahlen geben Chris Banger recht. Das ist der erfolgreichste 7er aller Zeiten. Image ohne Technik vielleicht gibt es nicht. Und Innovation ist natürlich eine der treibenden Verbindungen. Mit dem 7er wird 2001 auch das umstrittene iDrive-System vorgestellt. Mittlerweile in der zweiten Generation steht der Dreh- und Drückregler noch immer in der Kritik. Obwohl die Premium-Konkurrenz munter mit MMI und Command nachzieht. Aber das gibt es bei anderen Automobilherstellern. Die probieren einen Trend zu setzen. Manche setzen die Trends, andere fahren hinterher. Die Mercedes S-Klasse bekommt 2005 das Bangle-Hack spendiert. Ich sehe viele Dinge, die sind in der Denkweise, wo wir waren vor ein paar Jahren. Das ist auch immer eine Freude zu sehen. Das andere kommt auf die gleiche Idee. An Selbstbewusstsein mangelt es dem streitbaren Amerikaner nicht. Chris Banger hat Design-Traditionen gebrochen, neu definiert und damit eine ganze Branche umgekrempelt. Das riesig tiefe historische Fundament der Passion für Car-Design ist immer noch ein wichtiges Element für die Zukunft. Und die zuletzt von Chris Bangle geschaffene Zukunft von BMW sieht wieder richtig gut aus. Das Konzept CS überzeugt auf den ersten Blick und findet hoffentlich den langwierigen Weg in die Serie. Da gibt es Kernwerte in der Nieren, Kernwerte in der Form, dass man das halten muss. Und das kann man Interpretationen legen. Ein X-Cube mit Löcher in den Nierengrills oder die gedrehte Nierengrill in der CS1. Das sind zwei Interpretations von basically der gleiche Message Unit. Eine ganz neue Interpretation ist die Skulptur Gina. Wie aus Stein gemeißelt, aber trotzdem anpassungsfähig. Flexibilität ist oberstes Credo dieser Studie. Offen ist auch Chris Bangels Zukunft als selbstständiger Industriedesigner. Jetzt will der 52-Jährige in Bologna ein eigenes Studio eröffnen. Warten wir ein bisschen. Sehen wir, wie das kommt.